Ja, Superstadion von Nummer 13, David Sell, David Sell, kann er was halten, Doni Striebeck, geht ihn an ihm vorbei, Doni Striebeck, der ist hier vorne und Kai Werner, der hat da ein schlauer Blick und hat schon mit dieses kleine, kleine Manöver in einem Kürfel vorbei von Platz 5 auf Platz 3. Geht jetzt auf Platz 2, geht oder geht oder nicht, verschiedene Fragen, Doni ist ja hier vorne und er darf erzählen, auf Platz 2, Kai Werner, der sieht rot und das sind nicht seine Haare, wo er gerade sieht, er sieht die roter Nummer 13, seine Umgängstahl vor seiner Nase rummacht, er schützt von den Fakern und seine Bündchen, geht ihm rein, David Sell, den zum Kampflinie, auf der Doni, aber der schloss die Wichtigkeit nach 3 Klasse, das meint ist das Gero und jetzt macht er zu, er macht gut und da hat sein 2 Klasse, 8 Klasse, das meint ist das 4 Klasse, das ist das 4 Klasse, das heißt, das 4 Klasse, das war es,